Ja, die Linie mit einer nächsten Folge für das, dass ich dir einen Rat geben will, wie du dein Kind sicher aufwachsen lassen kannst. Letztes Mal hatte ich ja über die Wickelkommode gesprochen und ich möchte noch im Kinderzimmer bleiben und darüber reden, was Schränke angeht generell. Also hinter mir siehst du ja so ein Regal, das ist ganz oft in Kinderzimmern, dass eben Regale oder Schränke stehen und manche Kinder klettern gerne da drauf. Wir hatten leider Unfälle, wo dieser Schrank umgefallen ist und die Kinder tödlich verunglückt sind, weil es einfach dann doch relativ schwer war. Weil es eben ein kleiner Zwuckel ist, der kann dann da ganz schnell zumindest schwerere Verletzungen haben, wenn dieser Schrank mit dem Kind umfällt. Deswegen ist mein Vorschlag, wenn du einen Schrank hast, dass du schaust, entweder dass man nicht hochklettern kann, also dass es Schränke sind, die nicht erkletterbar sind. Oder dass du den Schrank tatsächlich in der Wand fixierst. Ja, mal bei vielen Stockbetten zum Beispiel ist es gang und gäbe, dass man die in der Wand fixiert. Bei Schränken leider nicht. Ich würde das aber wirklich raten, mit irgendeinem Winkel sie ranzumachen. Und das ist so mein Tipp, um da eine Sicherheit zu haben, weil das ist wirklich eine Tragik ohne Ende, wenn so etwas passiert. Und die Kinder sind sehr kreativ. Man kann gar nicht so schnell gucken, wie die Kleinen da hochklettern und sollen sie ja auch können, aber dann ist es dann eben doof, wenn das so ist. Ich hatte mal einen Schrank, ich verlinke den mal unten, wenn ich den noch finde. Der war von der Firma Haber. Der hatte so Klettergriffe dran, also man konnte praktisch auf diesen Schrank draufklettern. So etwas ist natürlich eine Alternative, dass man sich Möbelstücke holt, die zum Klettern geeignet sind. Der ist also sehr breit und dadurch hat er einen sicheren Stand. Oder man macht im Haus selber einfach Klettervorrichtungen, sei es im Türrahmen kann man sowas machen oder eben an der Wand, dass man Alternativen bietet, die besser sind als jeder Schrank und die Kinder eher dann da klettern. Ja, das war der Tipp. Beim nächsten Mal gehen wir raus aus dem Kinderzimmer und ich sage dir, da Gefahren, die wir einfach als Kinderkrankenschwestern, meine Frau und ich, wir sind ja beide Kinderkrankenschwestern, was wir einfach erlebt haben in der Klinik und möchte dir das ans Herz legen, um eine sichere Kindheit zu haben mit deinem Kind.